Tschüss! Das da oben mit Produktion 3, 2 und so weiter, das machen wir alle später. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um ein bisschen Technologie und dass wir unsere Produktionen ausbauen. Das ist jetzt glaube ich erstmal so der erste Schritt, den wir machen. So, guck mal, da ist glaube ich ein größeres Schiff, ne? Oh yeah! Oh ja, lass mal erstmal Auskundschaften. Da können wir vielleicht was gut gebrauchen. Da ist eine Waffe. Uff! Wann Junge! So, die fahren irgendwo mal hin gleich. Hier fahrt gleich nirgends wo mal hin. Oh nein! Ohohohohoho! Ich habe mich selbst glaube ich gesprengt. Oh nein, da kommt gleich einer raus, ne? Uff! Äh! Lass mich mal durch. Bin Arzt. Muss mich eben hier ausrüsten glaube ich. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich warte mal eben. Weil das Schiff fährt eh so lange nicht weg, solange wir hier sind. So. Erstmal den Frachtraum und alles plündern. Was wir sonst noch drin haben. Das müssen wir erstmal zerstören. Oh, wir haben keine. Ich sehe gerade wir haben gar keine Granaten mehr. Ui! Was ist denn da los? Haben wir alles verballert? So. Gut. Was haben wir denn da? Ja, nehme ich mit. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Alles was wir jetzt gut gebrauchen können, nehmen wir mit. Granaten nehmen wir mit. Natürlich. Die Barren. Jo. Das Pulver. Jo. Kohle brauchen wir nicht. So. Haben wir sonst noch was? Wir haben hier noch einen Schrank. Superschrott. Ja. Komm. Mal mitnehmen. Und der Frachtraum. Da waren wir gerade. Was ist das? Derselbe. Was? Ach da. Ach da oben. Oh, hier ist auch noch ein Schrank. Warte. Bin mal gespannt, ob wir irgendwie so. So Gegner tamen können nach einer Zeit irgendwann. Hm. Und noch ein Schrank. Jo. Nehme ich mit. Ob wir irgendwann Gegner tamen können. Das wär mal mega interessant zu wissen. So. Die Module brauchen wir ja ne. Wir müssen ja alles zerstören, damit das Schiff quasi explodiert. Aber wir müssen auch die Module sammeln. Wie zum Beispiel. Ne. Das hier. Hallo. Kann ich das nicht sammeln? Oder was ist das? Ach so. Äh. Äh. Wir müssen alles zerstören. Das sind Schränke. Auf und ab. Okay. Destroy Modul. Was? 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 So. Im Prinzip haben wir... Da ist noch Forschungsmodul. Genau. Aber ich glaub, die Dinger bringen glaub ich nichts, ne? Oder? Ne. Das kann man nur so zerstören. Das kann man nur so zerstören. Das war er. Das war er. Weiß gar nicht. Ab wann geht das denn? Ab wann wird das denn zerstört? Oder müssen wir den Bohrer noch killen? Aber da werden wir glaub ich ein bisschen bei sein. Ich will jetzt nicht unbedingt meine ganze Munition verblasen dafür. Aber da steht noch Destroy Modul. Das ist da oben. Ich probier das mal. Oh oh. Oh oh. Uh. Kommen wir uns mal angucken. Ich speicher direkt mal. Yeah. So. Das können wir jetzt abarbeiten, ne? War doch glaub ich so, ne? Weiß man nicht, was es bringt? Brauchen wir ja glaub ich noch ein bisschen, ne? Ach ja, stimmt. Das brauchen wir ja wahrscheinlich um die Ketten auszuarbeiten und so, ne? War das nicht so? Wir kriegen auf jeden Fall Module. Das ist nice. So, das war's. Oh ja. Modifizierte kaputte Ketten und so. Das müssen wir dann glaub ich aufbauen. Aber ist nicht schlecht, dass wir es haben. So, wir haben ein paar Sachen gesammelt. Es geht weiter für uns. Ich speicher. Granaten können wir echt noch gebrauchen. Die sind so schnell weg. Was ist so ein Schiffchen hier irgendwo? Mal eben auf der Mappe. Also hier in die Richtung ist keins. Wenn, dann müssten wir sowieso in die andere Richtung wieder gehen. Das heißt, diese Richtung. Lebensenergie können wir mal gut gebrauchen, falls wir mal wieder unsere Rüstung verlieren. So. Also ich muss sagen, mittlerweile gefällt mir das Spiel immer mehr und mehr. Also jetzt so, wo wir so langsam in die Forschung eintauchen. Also in das, was da alles möglich ist. Ist das schon sehr, sehr geil. Ich sollte mal gucken, dass wir uns irgendwo gleich verstecken, ne? Was ist das? Was ist das? Was war das? Ich weiß es nicht. Äh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so, so, so. Das macht richtig Bock jetzt mittlerweile. So mit den ganzen... Okay. Äh. Mit der ganzen Forschung jetzt, dass man jetzt halt auch bessere, bessere Sprengstoffe bekommt. Und so ein Kram, alles. Richtig cool. Also, mega. So, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Hier gibt es keinen Keller, ne? Ich glaube, hier gab es, glaube ich, keinen Keller zum Verstecken. Deswegen müssen wir schnell weiter düsen. Und zwar da unten einmal zur Kohlemine würde ich einmal wandern. Ja, weil ich weiß, der steht kurz bevor. Wir sollten uns beeilen. Ich hoffe, wir schaffen das. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Puh, das wird, glaube ich, eine ganz knappe Kiste. Das ist noch ein weiter Weg. Eins... Fünfunddreißig. Uff. Miene, komm schneller näher. Ich sehe sie schon. Aber doch, oder? Ich glaube doch, wir schaffen das. Ich denke schon. Schneller! Oh, eine ganze Minute haben wir noch. Natürlich. Schau mal. Deswegen sind es keine Schiffe hier. Aber die kommen gleich wieder. Wo ist denn der Eingang? Oh nein. Ich glaube, wir brauchen die hier, ne? Ne, doch nicht. Kohle haben wir auch noch genug. So, wir sind safe. Was haben wir hier noch drin? Barren? Ja, Reparaturki brauche ich jetzt unbedingt nicht. So, ich düse mal da unten. Huiiii! Barren nehme ich mit. Ja, Kupferschrott können wir nochmal ein paar Barren herstellen dann damit. Nice, dass wir ein ganzes Schiff zerstört haben. Ich glaube, wir bleiben erstmal auf dieser Seite der Insel. Und wenn wir mal was von drüben brauchen, können wir ja immer noch nochmal auf die zweite Seite der Insel. Aber ich möchte, glaube ich, jetzt erstmal auf der ersten bleiben. So, dass wir unser Schiff quasi voll ausrüsten. Also, dass wir quasi richtig erweitern. Dass wir dann stark genug sind, um auf den zweiten Teil der Insel zu kommen. Muss man ja sagen. Da, wo wir hin müssen. Hey! Ist schon wieder Silvester! Lasst uns zusammen zählen! Vier! Drei! Zwei! Eins! Jaaa! Huiiii! So. Da kommt der Nebel. Der Nebel des Grauens. Uuuuund... Die Uhr fängt wieder von vorne an. Nice! So, jetzt können wir nur hoffen, dass die Schiffe schnell kommen. Damit wir da ein bisschen... Farmen können. Müssen wir mal gucken, wie wir die... Aber modifizierte Ketten... Haben wir nicht die Ketten? Ah, Ketten-Teile. Die brauchen wir bestimmt zum Herstellen von diesen... Würde ich verwetten. Das heißt, wir müssen diese irgendwie repariert kriegen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Werden wir bestimmt noch... Werden wir bestimmt noch rausfinden. So. So. Freunde. So. Äh, äh. Komm ich nicht rauf. Okay. Weiß doch gar nicht, wo ich hier gerade bin. Ich sehe überhaupt nichts. Es ist... Herzlich willkommen zu Silent Hill. P.T. Oder Silent Hills. Hills, Hills. Da ist ein Schiff. Ja, Mann. Waren wir nicht gerade bei so einem Schiff schon, was so ein Schild hatte? Ist mir egal. Wir nehmen es auch. Ah, Mist. Wir haben keine Granaten. Wir sollten vielleicht... Ich ruf mal eben mein Schiff. Dann stellen wir mal ein paar Granaten her. Felsenküste. 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 Müsste hier sein. Jo. Das ist... Äh... Ich sehe es nicht. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Ist das hier? Ich habe Angst, dass mich mal unser Schiff selbst überfährt. Könnte sein, dass es hier ist. Hinter mir. Da. Was passiert irgendwie, wenn man direkt davor steht? Wird man denn überfahren? Ach, die Tür ist ja auf der anderen Seite, ne? No. Da müssen wir echt mal irgendwie ne... Bleibst du mal stehen? Bleibst du mal stehen? Da müssen wir echt immer ne andere... Nochmal irgendwie mit der Tür irgendwie arbeiten. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Weil wir hatten ja... Wir haben ja abgebaut gehabt. Weil wir ja, äh... bisschen was ausbauen mussten. Na, jetzt passt ja sowieso keine Tür mehr hin. Äh... Was wollte ich? Achso, ich wollte Granaten bauen, ne? Wie kann man denn herstellen? Können wir ein paar herstellen? Nur 40 Stück? Machen wir mal 50. Wenn das geht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich fehlen uns ein paar Teile, oder? Du, 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 du... Duh, du, 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 du... Duh, du, 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 du... Ja, 50 Granaten... Mal eben. Ehre. So, ist der Frachtraum? Hahahaha... Alter Schwede. Wo sind die Granaten? Hä? Wo sind die Granaten? Da. Ja, müssen die auch mal loswerden, hier die Sachen. Ich will die mal alle in den Frachtraum reinpacken. Uh, Forschungsmodulstufe 2, nice, Ehre. Wo sind die Granaten? Da. Nein, das kommt rüber, das kommt rüber, das, das, das. Das kann da rein. Ja, das kann da rein. Stapeln. So, Eisenschrott packe ich wieder nach oben, ne? So, dann speichere ich mal eben schnell, damit wir die Granaten auch haben, falls wir nochmal laden sollten. Äh, nee, Eisen war hier, glaube ich, die Eisenklamotten, ne? Genau. So, guck mal, haben wir auch schon jede Menge. Das ist natürlich supi. So, also ich glaube... Ich glaube, Granaten wollen uns jetzt keiner mehr irgendwie kommen. Wir haben, glaube ich, genug. So, äh, lass mal eben schauen. Die Munition packe ich hier rein. Lebensenergie haben wir auch noch. Den Schrank würde ich einmal, ja, hier reinpacken. Ich glaube, sonst hatten wir auch, glaube ich, keine Schränke mehr, ne? Oder? Doch, hier. Dann packe ich den hier rein zu den Baumaterialien einfach mal. Hier, so, dann haben wir das hier drin. Okay. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns mal losdüsen. Schließen wir die Tür. Es ist nicht mehr so neblig. Hallo und herzlich willkommen bei Silent Hill. Ich speichere und würde sagen, fahren wir unser Schippchen mal wieder unter Tage. Da stehen wir. Guck mal, da unten links stehen wir. Unten links in der Ecke. Juhu. Hallo. Niedlich. So, meine Frage ist jetzt, äh, Schippchen, Schippchen, Schippchen. Ich würde sagen, wir schnippchen ein Schippchen und hoffen, dass vielleicht hier irgendwo ein Schiff auftaucht. Ansonsten nehmen wir das da erstmal und räumen das erstmal auf. Ich bin auf dem Weg zum Schiff. Musik fehlt mir tatsächlich echt ein bisschen hier zwischendurch. Muss ich sagen. Das ist noch das einzige, was mir so ein bisschen fehlt. Musik. So ein bisschen so ne Musikuntermalung. Alter. Uah. Den Einring sie zu schmieden und zu knechten. Uah. So. Warte mal hier. Schrott. Ja, schön. Oh, Moment. Wir sind ja schon da. Ich seh ne Waffe. Auf beiden Seiten, ne? Ja, okay. Pass auf. Dann geh ich erstmal auf die Seite. Damit wir nur von einer Seite angegriffen werden. Geht das? Reicht das schon? Nein. Aber so greift er uns nicht an, weil der Baum im Weg ist. Haha. So, warte. So, ist er auch schon mal weg. Ich müsste mal die... Ah, ich hab keine Rüstung mehr. Oh, oh. Nicht gut. Mit der Rüstung ist nicht gut. Sollten auf jeden Fall ganz schnell hier die Dings zerstören. Uff. Damit die hier nicht wieder neu spawren. Oben auch. So. Ja, Lager. Ich hätte gern ein bisschen Lager. Okay, Landkarte brauchen wir nicht. Oben ist, glaube ich, alles zerstört. So, was haben wir denn hier? Ja, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Wir müssen, glaube ich, gleich die Roboter noch einmal kontrollieren. So, den Rest brauchen wir nicht. Hier ist nix drin. Da ist auch nix drin. Modul. Der ist kein Modul. Ich zerstör mich immer manchmal selber mit den Granaten, weil das hier einfach zu nah ist, ne? Müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier... Oh, hier. Nehme ich mit. So. Hier oben. Bamm. Aua, Alter. Uah. Was? Wo? Wer? Alter, er schreckt mich doch nicht so. Usa. Ich darf hier nicht so weit weg, ne? Da hat er das Strollmodul. Strollmodul. Okay, ciao. Wieder die Granate einfach hält, ne? Völlig daneben. Aber ist mir egal. Wir können trotzdem mal gucken, was die Roboter noch so für uns bereithalten. Und ich will noch einmal hier. Oh, geil. Ja, das Heilungsspray. Ah, ich sprühe mich damit ein. Oh, damit rieche ich auch gleich wieder gut. Mit dem Drei-Wert-Hard-Haft. So. Hallo, Robis. Wie sieht denn aus hier die Lage? Habt ihr noch irgendwas für mich übrig? Ach komm. Was soll der Geiz? Was wir haben, haben wir. Ich glaube, die sind die Spawn, ne? Die kaputten Roboter. Schade eigentlich. Hätte ich die mal vorher ein bisschen gesammelt. Alter, davon kriegen wir auch richtig viel, ne? Weiß nicht, ob das so gut ist. Schauen wir mal. So, speichern wir. Wir sind damit gut dabei. Aber wir haben keine Rüstung. Warte mal, der Parkplatz ist ja gerade frei, ne? So, dann würde ich sagen, wenn der Parkplatz doch schon frei ist, dann... Rufen wir doch mal unser Schiff. Dann kann ich noch mal ein bisschen Rüstung bauen. Trifft sich ja super. Ich weiß gar nicht, was jobbt. Also, ne? Komm gut voran. Guck mal, da müssen wir gleich hin. Ich hoffe, das Schiff ist gleich noch da. Weil das sieht noch gut aus. Da können wir noch ein bisschen Ressourcen kriegen. Mit den Sachen, die wir haben. Wir haben noch ein paar Granaten da. 10. 20. 25. 26 Granaten, nur noch von 50. Alter, really? Okay. So, schauen wir mal. Das heißt, ich würde sagen, wir... Gucken mal, dass wir... Ähm... Jetzt noch eben schnell uns Rüstung bauen. Das machen wir mal eben schnell. So, ich hätte gerne... Geräte? Nee. Werkzeuge? Nein, doch, Werkzeuge. Oh, Alter, was? Eisenrüstung? Eisenschrauben, Eisenplatten. So, jetzt erst mal. Holy shit. Eisenschrauben, Eisenplatten. Haben wir das? Eisenschrauben, Eisenplatten. Oh, Moment. Oh, Moment. Ehe, he, 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 Vielen Dank.